Hallo meine lieben Lieblingszuschauer und willkommen zurück in dieser epischen Quest, die die einen oder anderen auch Tales of Systeria nennen. Wir waren hier vor dem Ritterturm stehen geblieben, da wartet der gute What's-His-Name auf uns. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie er heißt. Er! Wir werden hier aus dem Ritterturm stehen geblieben. Wir werden hier in der Kirche gehen. Wir werden hier in der Kirche gehen. Ich habe die Möglichkeit bekommen, aber wir werden hier in der Kirche beobachten. Wie ein Ninja. Das ist die Kirche, aber ich habe hier in der Kirche geblieben. Genau, ich habe keine Angst, aber ich werde. Wie sie immer da stehen. Ich habe hier vor dem Ritterturm stehen, so fühle ich mich an der Kirche zu erinnern. Klar, er will auch ein geiler Macker sein. Ja, so. Na ja, wird es auf den Tag auch nicht mehr. Deshalb, beides Russen. Ja, so. Okay. Danke. 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 Du hast doch keinen Grund, so grimmig zu lunsen. Geht zum Gasthaus. Ach, jetzt auf einmal doch. Ihr seid doch die letzten Peselwanks, ey. Was hätte dagegen gesprochen, dass der Penner im Gasthaus auf uns wartet? Jetzt schickt er uns halt von A nach B. Das ist ein guter Mensch, ey. Ja. Ich denke, ich denke, ich denke, es ist zu aufrichtig und zu ehrlich. Ich denke, ich denke, ich denke, es ist nicht ein anderes Mal. Ich denke, ich denke, ich denke, es ist nicht ein anderes Mal. Ich liebe diese Viechers. Es hat uns Duttles betrogen. Das ist unverzeihlich. Äh, er. Er zahlt, dass ich lieber auf gewaltigen Hager gefatzt machen. Ach ja, ich habe ihn in der Karte erstellt. Dann her damit. Danke für das Geschäft. Äh, Geschäft. Jetzt kann ich meine Reizen fortsetzen. Dann geh doch. Um die Hauptstadt. Oh. Lauschangriff. Scheiß auf eure Privatsphäre. Ich will schneller rennen können. Ihr merkt den logischen Kontext. Zwischen jemanden belauschen und plötzlich schnell rennen können. Ich meine, wer den nicht versteht, ist halt einfach... Geht euch bewegen. Nein, das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Dass man nur, weil man jemanden belauscht, plötzlich schneller rennen kann. Macht euch keinen Kopf. Ihr seid nicht so dumm wie ich. Seid ihr nicht. Jeder, der dieses Let's Play guckt, ist mindestens um 80 Ecken schlauer als ich. Was immer noch nicht so super viel ist, aber... Ist egal. Eintreten ins Gasthaus. Witzigerweise haben wir das eh gekauft, letztes Mal. Ja. 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 Geh hin. Ja. 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 Das war so, dass ich... Dragonabe. 85. Wahre Worte. Heihei. Sogar besser als das andere? Sogar besser als das andere? Oh... Das ist doch gar nicht so geil. Das ist bestimmt dieser andere Windseer, den wir am Berg getroffen haben. Das ist doch nicht so geil. Oder sie selbst anders. Woher weiß er das jetzt? Und vor allem, was ist so super schlimm daran? Ah, okay, deshalb. Ich verstehe. Sie soll einen Mord... Wie kommen wir denn da hin? Ist auf einer anderen Ebene schonmal. Die Frage ist, eine Ebene weiter unten oder oben? Ich denke mal unten. Wir sind ja schon in Anführungsstrichen oben. Achso, wir können ja auch gucken. Hoch oder niedrig. Nur wie? Achso, Etage wechseln. Ist eine Ebene weiter oben. Okay, wir müssen also... Jaja, ich sehe das schon. Die Karte ist ganz cool. Wenn ich eine Karte lesen kann, dann ist eine Karte echt cool. Weil ich dumm bin. Aber da haben wir schon drüber gesprochen. Wir müssen einmal hier hin. Und... Äh, ja. Scheiße. Warte. Ich glaube immer noch richtig zu sein. Auch wenn ich das von hier jetzt nicht mehr so genau sehen kann. Oh, da habe ich mich schon wieder vor dem Abend gelobt. Von wegen. Mit jedem Schritt den ich gehe, gehe ich immer mehr und mehr davon aus, dass ich doch falsch liege. Okay. Aber das ist hier zum Glück eh alles kreisförmig angeordnet. Von dem her könnte das klappen, wenn ich jetzt im Nordviertel rausgehe. Dann bin ich wohl einen kleinen Umweg gelaufen. Aber ganz ehrlich, Hauptsache wir kommen an. Und natürlich geht es eine Ebene runter. Äh, was machen wir vor allen Dingen, wenn wir da hochgehen würden? Ich sehe halt keinen Stern. Ah, zum Brechen alles hier. Zum Brechen. Ne, war doch sogar einigermaßen. Ja, wie gesagt. Mit Umweg zwar, aber... Völlig wumpe. Kamomile. Die Dinger gehen mir auch irgendwie. Hat mich der liebe Blacky dran erinnert. Für den nächsten Kampfzusatzzeug. Steig den Fokus um zwei. Steht aus dem KP und SK wieder her. Der... Fokus... Sein Fokus ist doch der heftigste. Wie kommt's? Steh ich nicht. Feuerschaden reduziert 20%. Rosmarin erhöht durch... Verborgene... Was? Aha. Die Barteangriffskraft um zwei. Gut. Wir gehen weiter. War dann wohl doch nicht so. Ging dann um die Snacks. Hab ich schon wieder falsch verstanden. Weil ich... Weil ich... Hab ich schon drüber gesprochen. Also, das ist so. Was ist das? Alle? Woher? Warum? Woher? Woher? Es ist nur ein Zander. Ich habe zu essen. Ich habe zu essen. Ach so. Ja. Ich habe zu essen. Ah, so. Dann gehen wir auf den Kriegern. Wieser Sie sich der Kold. Wenn Sie eine Bedeutung holen, Warte. 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 Warte, dass der Herrschild nur die Namen benutzt? Das ist nicht so, dass ich mich nicht verstanden habe. Vielleicht ist das so. Vielleicht ist das so. Vielleicht ist das so. Es ist einfach, wenn ich mich nicht verstanden habe. Ich muss das gut schauen. Wenn ich mich nicht verstanden habe, dann... Ich will es nicht verstanden. Das ist der Wind. Der Werb. Bei mir war es jemand der Mann, auch Herrn Kuhn, und auch der Mann, oder? Was ist das? Wie sagt jemand etwas変es? Also nicht verraten zu erzählen! Natürlich! Gott sei Dank. Du bist ja nur noch mal. Du bist ja nicht so gut. Du bist ja nicht so gut, sondern du bist ja sicher. Ja, du bist ja gut. Du bist ja nicht so gut. Du bist ja nicht so gut. Ich weiß auch, dass du noch nicht so gut erlangen hast. Du bist ja nur noch ein bisschen. Ja, sehe ich sehr ambivalent. Also, es ist halt super, super subjektiv, wer böse und wer gut ist. Ich glaube, da habe ich schon mal ein bisschen drüber schwadroniert in einer der vorherigen Folgen. Schreinkirche, ja, wenn ich wüsste, wo die ist. Ich glaube, ob die jetzt Hüse. Ja, klar, das ist in so Videospielen immer leicht gesagt und schnell herausgefunden. Es gibt einen Herrscher des Bösen und der ist auch absolut böse. Aber hier, ganz ehrlich, wer ist denn böse? Ist IS böse? Ich sag mal, 95% der Welt würde jetzt ja sagen, aber 5%, in denen vielleicht 2% IS selbst ist, sagen, nö, sind sie nicht. Alle anderen sind böse. Amerika ist böse. Der Kapitalismus ist böse. Von dem her, na, ist halt immer schwierig. Menschen miteinander leben und auskommen müssen, die dann verschiedene Kulturkreise haben. Naja. Zu kompliziert. Guck mal, wir haben das auf Anhieb gefunden. Guck mal, wir haben das auf Anhieb gefunden. Wetten, unsere Leila ist eine davon? Also doch nicht. Bisschen Lappen. Das stand bei ihren Babos. Und ich wette, Maotelos ist der Herrscher des Bösen. Und wir sind jetzt die neue Generation der 5 Herrscher, oder? Irgendwas ist da faul. Irgendwas stinkt da nach Schwefel. Eiern und so. Eier und so. Genau. Rosé-san hat recht. Nicht unvorsichtig werden. Vielleicht speichern wir erstmal. Oh, Mann! Besser. Ein Monolith. Ein AP. Gib it. Gib it to me, baby. Ah, möglicherweise. Ein ganz bestimmtes Vielleicht. Scheiß Analphabeten. Oh ja. Deswegen wollte ich speichern. Heftige Domäne. Aus der Hölle. Die in Stein verwandelt. Was ist das? Was ist das? Heldorf. Heldorf, sag ich doch. Oh nein. Wer bist du denn? Oh, das ist locker diese... Oh, scheiße. Warte, ich hätte doch speichern können. Okay. Aber es ist kein schönes Leben. Ja, wir haben ja Zeit. Oh, scheiße. Das war reichlich bescheuert von mir. Oh, bitte kein Kampf, bitte kein Kampf. Ich hasse das immer, wenn wir zu zweit sind und keine Seraphen haben. Das ist das Schlimmste, wo es gibt. Oh, sie ist aber hübsch. Oh, sie ist aber hübsch. Oh, sie ist aber hübsch. Weil deine Domäne böse ist. Also bist du auch böse. Sag's gerade du. So, sie ist in a move. Ich will nur eine Sache. Die Königin wird über diesen Schlimmste Zeit überprüfen. Das ist nicht möglich, dass es nicht möglich ist. Aber wenn es nur mit der Leidenschaft, Lohranse geht, sehr großartig. Macht, Angst, Furcht. Ah, das war dumm von dir, Patrick. Ja, das muss der Glaube sein. Macht, Angst, Furcht. Ah, das war dumm von dir, Patrick. Ja, das muss der Glaube sein. Dann schreib uns halt Ablassbriefe. Los! Dann schreib uns halt Ablassbriefe. Los! Ihr checkt's auch nicht. Ihr checkt's auch nicht. Ich glaube, der Rettung ist nicht auf dem Schiff. Äh, ja. Wenn der Königin fliegt, dann ist der Königin fliegt? Ich habe ihn mit den Schiffen. Nein, die Königin fliegt. Also dass der Königin fliegt. Wenn der Königin fliegt. Dann ist ernehm. Es ist auch sehr dumm, Kämpfe zu kämpfen, von denen man weiß, dass man sie nicht gewinnen kann. Ich glaube, dass ich mich, die Menschen zu fragen, und das gleiche Verzüge zu haben. Das ist ein Problem. Ich muss ihnen ihnen nicht informieren. Es ist nicht notwendig, wenn man sich mit dem Motivieren kann. Ich möchte mich nicht wissen, dass ich mich nicht wissen. Oh nein! Oh leil, geil! Geh! Los, Rose! Sie haben unsichtbar gemacht oder so. Oh ja! Was ich vorhin meinte. Was ist Spektralmantel? Spektralmantel zu wirken unsichtbar zu sein. Oh! Durch Sehkraft Bewegungen erspüren. Unerkannt Feinden vorbeihuschen. Oh! Cooler Nummer. Äh... Jemand wie diese Frau macht das nicht wirklich, um dem Volk etwas Gutes zu tun. Jemand wie diese Frau macht das aus ihren eigenen Wahnvorstellungen heraus. Sie wäre die einzige Gerechtigkeit. Das jetzt mit Vereinen unter dem Glauben und so weiter und so fort. Auf die Frage hin gezielt, weshalb sie sich nicht mit den Rittern verbündet. Von dem her ein absolut schlechter Charakter. Da bin auch ich der Meinung, dass es einfach so ist, dass sie böse ist. Weil Ego-Schwein und so. Eure Meinung dazu fände ich super cool. Und damit beende ich diese Folge für heute. Und wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao!